Große DFB-Ära endet, Kapitänin Alexandra Pop tritt emotional zurück. Es ist ein emotionaler Abschied, Alexandra Pop tritt aus dem Fußball-Nationalteam zurück. Nach 145 Spielen in dem Deutscher Fußball-Bundtrikot und fünf Jahren wie Kapitänin wird Einstellung sein. Ihr Abschiedsspiel findet just in ihrer alten Geburtslandland statt. Sie gibt ihrem Team warme Worte mit auf den Weg. Deutschlands bekannteste Fußballspielerin tritt aus dem Nationalteam zurück, Alexandra Pop verlässt den Deutscher Fußball-Bund. Nach langen, tränenreichen Überlegungen, habe ich mich schweren Herzens dabei entschlossen, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Das Feuer, das vor 18 Jahren in mir entfacht und von Jahr zu Jahr stärker wurde, ist hier fast ausgebrannt, sagt Selbige in einer Memo zusammen mit Instagram. Der neue Bundestrainer Christian Wyck muss hierdurch ebenmäßig zu Anfang seiner Amtsdauer selbst eine neue Kapitänin berufen. Das erste Wette nebst seiner Anführung steigt an dem 25. am 28. Oktober in dem Wembley-Stadion gegen England. Oktober bei dem Wette gegen Australien wird Pop ein bei der letzten Gelegenheit in dem Deutscher Fußball-Bundtrikot auflaufen, just in ihrer alten Geburtslandland Duisburg. Rang an Abschieden in dem Deutscher Fußball-Bundteam. Dort fand selbst ihr erstes Länderspiel statt. Dass Pop ihre Karriere in dem Deutscher Fußball-Bund nicht fortsetzt, hatte sich am Ende bereits angedeutet. Deutschlands dreimalige Fußballspielerin des Jahres ließ sowohl hinter der EM 2022 wie selbst hinter dem WM-Verlust 2023 und jetzt dem Ergebnis zusammen mit Olympia jedes Mal tief offen, inwiefern Selbige weiter in dem Nationalteam spielen würde. Bislang hatte Selbige sich immer für eine Fortsetzung entschieden, hier aber ist Einstellung. Mit Torhüterin Merle Frohms und Abwehrchefin Yachthafen-Hegering hatten sich hinter Olympia bereits zwei alternative Spielerinnen aus dem Deutscher Fußball-Bundteam verabschiedet. Pop war jene letzte verbliebene Rio-Olympia-Siegerin in dem Kader für Frankreich gewesen. Im kommenden Jahr steht jene Europameisterschaft in der Schweiz an. Deutscher Fußball-Bund-Präsident Bernd Neuendorf würdigte Pop wie Sympathieträgerin des deutschen Fußballs, und betonte, sportlich war und ist Selbige eine Ausnahmeerscheinung. Und dank ihrer offenen und ehrlichen Verfahren sobald ihrer klaren Position war Selbigen neben dem eine herausragende Botschafterin des Deutscher Fußball-Bund.